Störrisches Biest Widerspenstige Strumpfhose bei der Bandprobe Roxana ist Sängerin und darf sich zur Probe ihrer Rockband keinesfalls verspäten. Auf dem Weg dorthin trinkt sie reichlich Cola und als sie ankommt, muss sie äußerst dringend zum Klo. Wird die hübsche Rockröhre es noch rechtzeitig schaffen oder sich auf dem Weg ihre Nylons klitschnasspinkeln? Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de